Über 150.000 Arten sind vom Aussterben bedroht. Das klingt erschreckend, oder? Aber genau das ist die bittere Realität, in der wir heute leben. Tausende von Tierarten stehen kurz davor, für immer zu verschwinden. Und das oft aufgrund menschlicher Eingriffe. Willkommen zu unserem Video über gefährdete Arten. Warum sollten wir uns überhaupt darum kümmern, wenn eine weitere Tierart ausstirbt? Ganz einfach. Weil das Aussterben einer Art das gesamte Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringen kann. Und damit letztlich auch uns. In diesem Video werfen wir einen genaueren Blick auf die Gründe für das Artensterben und wie wir handeln können, um die Biodiversität zu schützen. Die Bedrohung der Artenvielfalt ist kein neues Thema, aber es ist dringlicher denn je. Der größte Feind vieler Tierarten ist der Verlust ihres Lebensraums. Immer mehr Wälder werden abgeholzt, um Platz für Landwirtschaft und Städte zu schaffen. Dazu kommt der Klimawandel, der das Überleben vieler Arten erschwert, sei es durch steigende Temperaturen oder veränderte Regenmuster. Auch die Wilderei und der illegale Handel mit Tieren bedrohen zahlreiche Arten. Von Elefanten für ihr Elfenbein bis hin zu Pangolinen, die wegen ihrer Schuppen gejagt werden. Werfen wir einen tieferen Blick auf einige der am stärksten gefährdeten Arten und ihre faszinierenden, aber traurigen Geschichten. Jede dieser Arten steht für die gravierenden Auswirkungen, die menschliche Eingriffe in die Natur, auf das Gleichgewicht unserer Ökosysteme haben. Der majestätische Sumatra-Tiger lebt ausschließlich auf der indonesischen Insel Sumatra und ist die kleinste noch lebende Unterart des Tigers. Heute gibt es nur noch etwa 400 dieser Tiere in freier Wildbahn, da die Zerstörung ihrer Lebensräume durch Abholzung und illegale Palmölplantagen rasch voranschreitet. Darüber hinaus sind sie durch Wilderei gefährdet, da ihre Knochen und Felle in der traditionellen Medizin und als Luxusgüter genutzt werden. Obwohl es einige Schutzmaßnahmen gibt, sind die Fortschritte in vielen Regionen langsam und mühsam. Der Sumatra-Tiger symbolisiert den Kampf gegen die rücksichtslosen Eingriffe des Menschen in die natürlichen Lebensräume. Ein weiteres tragisches Beispiel ist der Amur-Leopard, eine der seltensten Großkatzen der Welt. Diese majestätischen Tiere leben in den Wäldern Russlands und Chinas, doch heute gibt es nur noch etwa 100 Exemplare in freier Wildbahn. Der Amur-Leopard hat unter Wilderei und Habitatverlust stark gelitten. Illegale Jagd auf seine Felle sowie der Rückgang seiner natürlichen Beutetiere haben die Population dezimiert. Dank intensiver Schutzmaßnahmen, wie der Einrichtung von Naturschutzgebieten und Anti-Wilderer-Patrouillen, konnten kleine Fortschritte gemacht werden. Doch der Amur-Leopard zeigt eindrücklich, wie knapp Arten kurz vor dem Aussterben stehen können, wenn ihre natürlichen Lebensräume zerstört werden. Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel ist das Spitzmaul-Nashorn, das zu den fünf Nashornarten gehört und dessen Population in Afrika drastisch zurückgegangen ist. Vor einigen Jahrzehnten gab es über 65.000 dieser Nashörner. Heute sind es nur noch knapp 5.000 und das überwiegend aufgrund von Wilderei. Nashörner werden hauptsächlich wegen ihres Horns gejagt, das auf dem Schwarzmarkt hohe Preise erzielt, da es in bestimmten Kulturen als Heilmittel oder Statussymbol gilt. Dank intensiver Schutzprogramme und Anti-Wilderei-Maßnahmen, etwa in Südafrika und Namibia, steigen die Bestände langsam wieder. Doch der Kampf ist noch lange nicht gewonnen. Das Spitzmaul-Nashorn erinnert uns daran, dass wir, wenn wir frühzeitig Maßnahmen ergreifen, positive Veränderungen bewirken können. Diese Arten stehen beispielhaft für die zahllosen Tiere, die aufgrund menschlicher Einflüsse kurz vor dem Aussterben stehen. Ihre Geschichten sind nicht nur tragisch, sondern zeigen auch, dass es Hoffnung gibt, wenn wir entschlossen handeln und unsere Lebensweise ändern. Eine besonders eindrucksvolle Geschichte betrifft die Meeresschildkröten, die seit Millionen von Jahren die Ozeane durchqueren. Diese faszinierenden Tiere, darunter die Lederschildkröte, sind durch Umweltverschmutzung, Überfischung und den Verlust ihrer Nistplätze extrem bedroht. Plastikmüll in den Ozeanen wird oft mit Nahrung verwechselt und verschluckt, was für viele Schildkröten tödlich endet. Auch ihre Eier werden in einigen Regionen illegal gesammelt und verkauft. Doch es gibt Hoffnung. In Ländern wie Costa Rica und Mexiko setzen sich Naturschützer intensiv für den Erhalt dieser Tiere ein. Durch den Schutz von Nistplätzen, den Einsatz von künstlichen Brutstätten und Aufklärungsprogramme konnte die Anzahl der geschlüpften Schildkröten in einigen Gebieten bereits deutlich gesteigert werden. Dieser Erfolg zeigt, dass wir mit gezielten Schutzmaßnahmen wirklich etwas bewirken können, wenn wir bereit sind, uns für den Erhalt der Artenvielfalt einzusetzen. Diese Geschichte der Meeresschildkröten verdeutlicht, wie viel wir noch retten können, wenn wir uns entschlossen dafür einsetzen, die Natur und ihre Bewohner zu schützen. Die Rettung bedrohter Arten ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit für das Gleichgewicht unseres Planeten. Jede Spezies, die wir verlieren, hat Auswirkungen auf unser eigenes Überleben. Es liegt an uns, den Kurs zu ändern und eine Zukunft zu schaffen, in der Mensch und Natur in Harmonie leben. Der Schutz bedrohter Arten beginnt bei uns allen. Überlege, wie du in deinem Alltag einen positiven Beitrag leisten kannst. Sei es durch den Verzicht auf Produkte aus gefährdeten Lebensräumen oder die Unterstützung von Naturschutzprojekten. Jede kleine Veränderung zählt. Erhebe deine Stimme und teile dieses Wissen, um mehr Menschen für den Artenschutz zu sensibilisieren.